um was bist du dann die die älteste wahrscheinlich hatte und dann halt nee also mein ich habe noch einen großen kurs sein und ich habe noch viele größere kurs sein aber ja wenn jetzt also ich habe gestern nachgezählt wie viele kurs sein und küsse ich habe von meiner mama aus habe ich elf kurs sein und vier kurs ihnen und von meinem dad aus kenne ich nur die hälfte wieso das streiten zu familie und ja als ihr nichts was so in youtube gehört das ist ja mega heavy vor allem wenn du dann für jedes einzelne kind irgendwas kaufen gehen musst und das macht das einfach so ist mache ich meine mutter und da sind wir immer unterwegs von 8 uhr früh mhm wenn die läden an aufmachen bis 6 uhr abends ohne pause durch am rennen zackhallen ja und ja also wirklich da hast du echt nicht den checkbott gewonnen ne aber das boah bin ich ja froh dass ich nicht so viel einkaufen muss weil das das würde mich schon mal aufregen wie die sau ja regt mich auch immer auf aber Silvester ist bei uns auch cool da gehen einfach alle her wir zocken die gesamte nacht wie PC oder was? ne in dem Sinne ähm Karten achso mit echtem Geld? und da zocken ja und da zocken halt immer unsere Onkels oder so ab und heuer kommt noch mein Dorfbate und ja ah ich seh dich hab dich gefunden du brauchst noch bestimmt Glas ja ich in der Kiste danke du 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 oh ich brauchst halt was essen lala oder ich geh heuer auch Firmung ich weiß nicht ob das bei euch auch so heißt ja ja Firmung ich halt bei der katholischen Kirche so mhm und ich muss halt diesen Firmenunterricht gehen und die labern die ganze Zeit so ne Scheiße über die Kirche die Kirche ja Gott irgendwas ja pfff denkst du bei mir das anders ne und vor allem meine Oma zwingt mich dann noch in die Kirche zu gehen da bekomm ich ja gleich die Krise bei der Firmung? ja wir müssen 64 mal in diesem Jahr in die Kirche gehen 64 pfff ein ganzes Deck Alter okay du musst kurz nachdenken Alter das ist bisschen stark übertrieben oder? ja und jedes mal wenn du in der Kirche bist ähm musst du das vom Fahrer unterschreiben lassen ja okay das ist auch so bei uns ja ja und das ist insgesamt 64 mal dass du Kirchen gehen musst okay ich hab ausgerechnet du musst mindestens einmal wöchentlich Kirchen gehen und in den letzten einem Monat müsstest du dreimal in der Woche gehen achso ist die Kirche achso ist die Kirche ja bei uns ist es immer Sonntags also Kirche bei uns ist Samstagabend, Sonntagsfrüh, Sonntagabend, Mittwoch ist auch nochmal ach du Scheiße bei uns ist es so gut wie immer ja ja ich glaub bei euch sind noch viele viele katholisch oder? jo also 18 ne locker 90% locker der Österreicher? ja okay boah und 10% sind dann evangelisch und und ich hab gedacht Jude der Rest boah das ist ja boah ich fühle mich jetzt voll im Nachteil also ich sag jetzt mal in meiner Schule sind 600 Schüler ja und 590 davon sind katholisch und 10 haben evangelischen Unterricht boah okay das ist ein Unterschied das ist echt ein mhm boah und halt ab der Oberstufe was ich sowieso nicht gehen werde also schon aber nur an der Schule ähm da kannst du dir dann nicht aussuchen ob wieder mit Religion oder halt ohne mhm und bei uns ist halt so dass du jetzt in Religion schon gar nichts mehr wirklich über Gott redest sondern eher so über jetzt diesen komischen Mandela oder wie der geschließen hat der halt jetzt gestorben ist oder Fairtrade zu einer Marke wo alle gerecht bezahlt werden und ja sowas machen wir sowas machen wir in Religion sowas machen wir in Gemeinschaftskunde das haben wir gar nicht okay mhm weil ich kann mich noch erinnern wo ich im Kindergarten war habe ich immer Frau ähm ne Tante habe ich immer gesagt so heißen bei uns die ich spreche sie halt dann einfach mit Tante an die Lehrer? ja ne nicht die Lehrer die Kindergartenbeaufsichtigten oder wie man die auch immer nennen möchte ja und die Lehrer haben sie halt mit einfach Herr Lehrer Frau Lehrerin angesprochen und jetzt im Gymnasium spreche ich die mit Herr Professor Frau Professor an warum Professor? haben die alle Professortitel oder was? ja sonst dürfen die ja gar nicht im Gymnasium unterrichten was echt? ja what the ffff okay mhm bei uns gibt es nicht mehr einen Professor gehst du auf dem Gymnasium? ja alter ne bei uns gibt es keine Professoren bei uns gibt es nur Professoren alter tja ich stell mir das mal so so vor so in der österreichischen Schule das wäre schon mal mega krass naja also ich wir müssten mal wir müssten mal so einen Austausch machen ja ich habe schon immer überlegt ich möchte vorher gerne mal nach Deutschland vor allem wäre es ja voll geil wenn ich Oberstufe in Deutschland draus machen könnte aber nein natürlich darf man nicht und ja scheiße ne kann man nichts machen ach so du darfst schon von Österreich nicht Oberstufe in Deutschland machen ne außer deine Eltern ziehen mit ach so du darfst aber gerne als ein Austausch ja außerhalb von Europa machen oder halt auch in Europa nur halt nicht Deutschland das ist ja mein Kack voll achja ich war grad ein bisschen Eisenfarm weil die sich jetzt fragen warum ich in die Höhle gegangen bin oh hier gibt es keinen Ausgang oh 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 wie lange nehmen wir denn schon auf? ja ich bin ja noch gar nicht so viel vor allem ich war ja heute nicht in der Schule weil es mir mega dreckig in der Früh ging mhm und ich hab halt die ganze Zeit war mir mega langweilig niemand hat was hochgeladen das tut mir leid ach dann hab ich mir die ganze Zeit überlegt was soll ich jetzt machen alter mir ist so langweilig gewesen du kannst das gar nicht vorstellen dann bin ich einfach hingegangen hab mir RTL2NOW auf dem Handy runtergeladen ach du scheiße ja und ich hab die ganze Zeit irgend so nen Assi-Scheiß angeguckt oh ne ja da musst dir aber arg arg langweilig gewesen sein aber mega hätt ich was gesagt ich hätte was hochgeladen ja dann lad bitte alle Folgen Weihnachts-Special bis morgen hoch kein Problem ich muss heute noch erinnern echt? ja also wie gesagt Kanaleröffnung am 1. Januar genau ja ich guck mal hier grad durchs Fenster du siehst mich nicht doch scheiße bei dir fehlt ne Tür bei mir fehlt der Boden aber das fällt dir nicht auf gar ist klar ne bei mir ist nur die Tür aufgefallen so was ist das hier eigentlich das kann eigentlich auch mal weg was? das hier das ist so ein bisschen Erde auf meinem Weg immer ach so ok und jetzt weiß ich nicht weil ich eigentlich werde ich jetzt mit meinem Haus fertig und ich habe ja gesagt in ein paar Folgen dass ich mir auf Google ein paar Bilder reinziehen in Inneneinrichtungen und dann macht hast ehrlich gesagt ich hab's noch nicht gemacht deshalb glaub ich ich fang ein zweites Haus an könntest eh irgend so ein Gemeindehaus wo sich jeder verewigt oder so hm wär mal eh ne Idee oder ist irgendwas anderes was sinnvoll für alle ist oder wo einfach so ein Starthaus wo jeder startet und dann bekommt jeder so ein Anfangspack oder so genau hm die Idee wäre natürlich nicht schlecht hm ok das baue ich jetzt so so äh hast du noch ein bisschen Stein übrig? Cobblestone oder? beides wie beides also ich bräuchte Cobblestone damit ich's brennen könnte aber es wäre natürlich auch cool wenn du Cleanstone hättest ich hätte ja wenn du hättest ich hätte ja du hättest wie viel brauchst du? hm so einen halben Stack reicht halben Stack, dreiviertel Stack ein, zwei Stacks danke bitte ich brauch Essen du brauchst Essen ja hab grad das letzte weg gegessen Essen weg gegessen hat sich gereimt danke immer diese, diese Frauen, die sind so gierig hm hast vollkommen recht Jungs, passt mir auf wo ist jetzt meine Kohle? ach da tja, das würdest du gern wissen die hast du jetzt geklaut, oh mein Gott ich hab gar nichts geklaut mein ganze Kiste ist leer das war nicht ich nein so wir müssen noch irgendeine coole Szene machen, damit ich die vor das Intro schneiden kann irgendeine coole Szene? mhm ok ich lass mir nix einfallen doch äh 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 weiß nicht ok jetzt hab ich ne Szene fürs Intro nein doch scheiße ich brauch noch eins ein bisschen noch 15 Stück wirklich? wirklich ja ich komm vorbei ich bin schon am Weg ok ich komm vorbei mhm dein Ernst was? ich hab gesagt ich komm vorbei ja schön und ich kann hier hinterher rennen er ist nur deine Zeit dein Ernst was? nichts wolltest du nicht so? nee passt passt und es waren zwölf so du brauchst noch ne Türmädchen go away oh nein so oh hier fällt eins so es nervt mich das immer danke die Tür die Tür oh oh das tut mir leid scheiße jetzt hab ich doch aus da hab ich doch verkackt ach mischt so so ich glaub ich sollte mal Redstone suchen offline denn ich möchte mir gerne eine Redstone ähm eine Redstone ähm Dings Tür bauen Dings Tür okay ich weiß sofort was du meinst ja ne Redstone Tür ich bin derselbe Meinung so und jetzt beginne ich einfach mal mit dem Einebnen denn ich hab keine Ahnung wo ich das hinbauen soll Tja wäre auch gut zu wissen kannst du mir helfen? ne weil ich weiß echt null wohin ok ich komm mal ich bin so sozial ob ich jetzt da oben wenn ich hier alles einebne was willst du jetzt eigentlich machen? das den Gemeinschafts Dings wo alle verewigt werden ich hab keine Ahnung oder da hinten oh der Berg ist aber groß fliegst du? nein sieht bei dir bloß so aus haben schon viele gesagt au jetzt ohne Scheiß ne ich flieg echt nicht guck geh jetzt mal dorthin wo? dorthin du bist geflogen ich weiß das ich bin nicht geflogen leugne erst nicht wir können Weitsprung machen dann siehst ja ok aber ich kann geguckt warte so ja jetzt hast du es ja ausgemacht du fliegst jetzt hey ich flieg nicht hau mich mal dann ist es vielleicht weg immer noch da immer noch da schön du hast mich verarscht nee Alter das hat echt so ausgesehen guck dir das an und dann zu unschuldig davonlaufen ja ich bin noch unschuldig Türe zu machen ich habe noch nie was gemacht in meinem Leben sehr gut jetzt ich das alles hier ein Ebenen oh mein Gott nee was ist jetzt 18 Uhr oh mein Gott boah Kirche Halsmaul Kirche? ja ich hab ne Kirche katholische Kirche neben mir ach so ja ich auch ich hab das Ding dong ding dong oh oh mir hat was jemand in Skype geschrieben erst mal gucken oh nein was ist jetzt los so tut mir leid ich hab kurz Skype antworten müssen ganz böse hast du ein bisschen Holz? nein ich bin wieder mal so verschwenderisch mir wohl das sieht kacke aus warum denn was was baust du? ich will mein zweites Stock bauen oh oh ja ich sehs ich sehs so erst mal oh Fragezeichen es fängt an zu schneien yay jetzt wirds endlich weihnachtlich ähm ähm hätte ich jetzt den Shader drin scheiße hast du keinen Shader drin? ja du hast mir zugehört jetzt haben deine Bugs aufgehört nee ich kann keinen Shader reinpacken weil mein mein Crafting Terminal irgendwie rum Spass weil ich kann ich kann GLSL nicht mehr installieren weil Forge nicht mehr geht sobald ich Fortschreiber kann ich Minecraft nicht mehr starten richtig kacke weil du lachst doch gerade im Hintergrund den Arsch ab überhaupt nicht nein ich finde das voll traurig ja ich hör an deiner Stimme ja das Leben ist hart ja guck ich hörs doch ich lach gar nicht nein nee n was denkst du nur über mich ich guck denn deine Videos boah ich bin so dumm warum wenn ich gerade vom Haus runter gesprungen bin geil mal gucken ob ich mehr okay soweit geht der Schneeball nie geil nicht mal zum nicht mal zum See schaffte das Wolltest du mich etwa abschießen ja ich lass etwa bis zu der Insel da das freut mich oh ich schaff sogar weiter wenn du mich trifft bekommst du Probleme siehst du Schneebälle ne ok schade jetzt hab ich gedacht du hast mich getroffen dabei bin ich runtergefallen das wärs jetzt gewesen bin schon wieder seit 10 Sekunden am Bauen dann oh ach getroffen bist du gerade am Bauen ne es sieht nur so aus ok also du hast noch etwa 20 Minuten ich habe noch etwa 20 Minuten ok freut mich für mich freut mich für mich au ich hab dich abgeschossen au nein ich bin bergrunter geflogen naja das glaubst auch nur du so langsam sieht es wirklich aus wie ein Real Life mit dem Schnee ja ok hat bei euch schon geschneet ein bisschen ja ja bei uns hat es auch erst einmal geschneit 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 du musst unbedingt Schiefern gehen und ich hab keine Zeit alter es kotzt mich so an oh oh schlecht Juli was hast du gemacht? nix ja will ich hoffen ich hab nix gemacht ich hab nix gemacht so ich hab 20 Minuten noch oder? ja genau 20 ok ich glaub ich werd die Parts so also warte wie lange lebe ich jetzt schon auf? ja 40 Minuten das heißt ich war das so 2 oder 3 alter was war das? was? alter Herzinfarkt was ist? wo bist du? ich bin nirgends alter wo bist du? ich bin nirgends ich bin mir ganz sicher dass du das warst ich bin nirgends leugne es nicht ich weiß wo du bist glaub mir alter ich glaub ich hab echt schon ne Paranoia ich bin an meinem Maus ja wo denn? komm her jetzt schnell eingehen hier äh wenn ich ich es sind keine Plugins drauf also Essentials ist nicht drauf wo bist du? ich bin oben an dem Haus wo ich baue ok was will ich jetzt sehen und wo baust du dein Haus? genau da oben wo? genau da wo du jetzt genau da wo du jetzt hochläufst ja schön ich bin oben ja? ja und jemanden seh ich hier nicht und ist das du? echt? ich hab doch gesagt ich bin in meinem Haus